Mittlerweile ist es schon ein Jahr her eigentlich unfassbar, dass der Krieg in unverminderter Härte in der Ukraine tobt. Die Menschen müssen aus den Regionen fliehen. Über eine Million haben sich jetzt auch schon auf den Weg gemacht nach Deutschland. Und ich glaube, wir haben alle gemeinsam und dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön das gemacht, was wir machen konnten, vor allem hier auch in Heidelberg im Sinne einer offenen Aufnahmestruktur. Viele haben Wohnungen zur Verfügung gestellt, was uns sehr geholfen hat für Mütter mit Kindern, die eine intensive Betreuung brauchen, haben wir spezielle Angebote gemacht. Es sind mittlerweile auch viele von den Kindern in unseren Kitas und Schulen schon gut angekommen. Das freut mich. Und ich weiß, es ist für alle immer nicht eine einfache Situation, aber wir müssen immer daran denken, dass gerade die Kinder und die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, wirklich zum Teil schwerst traumatisiert sind und unsere Unterstützung auch benötigen. In diesem Sinne denken wir gemeinsam an die Menschen in der Ukraine, an die, die auch ihre Freunde, ihre Partner, ihre Ehepartner verloren haben und hoffen, dass der Krieg möglichst bald auch ein Ende findet. Und dann geht's. Und dann geht's. Vielen Dank.